Grüezi miteinander. Ich wandere in den nächsten paar Wochen das Appenzoller Land. Heute beginne ich auf dem Weizweg der Erlebnis-Rundfahrt. Schön sind Sie dabei! Der Weizweg liegt auf meiner 8 km langen Wanderung von Heden über Wolfhalde nach Walzerhubsen. Auf dem Weizweg trifft man auf rund 40 Weiztafeln mit listig Treffen Appenzoller Bitz. Nach drei Stunden Wanderzeit geht mit der Zahnradbahn von Walzerhubsen nach Riening. Im offenen Sommerwagen von der Bergbahn Roja-Käden genieße ich ein spezielles Fahrerlebnis mit atemberaubender Aussicht auf dem Bodensee. Der Erlebnis-Rundfahrt, der zwischen dem 1. Mai bis 14. Oktober machbar ist, bietet mit der Weizkiste am Bahnhof Heden einen fröhlichen Abschluss der Erlebnis-Rundfahrt. Schön war diese Erlebnis-Rundfahrt. Und vielleicht habt ihr gemerkt, ihr habt nichts zu sagen. Wenn ihr es wisst, liken und im Kommentar schreiben, wenn ich nichts zu sagen habe. Wenn ihr zweimal eine Erlebnis-Rundfahrt und einen dollen Weizweghut. Ich verschenke euch jetzt gerade. Und dann habe ich das Essen in die Fernseht zu haben. Euer Sipp. Musik 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 Musik